Wir stellen dir heute unsere Hike-Packs vor. Definitiv die richtige Wahl, wenn du nach einem Wanderrucksack Ausschau hältst. Der Hike-Pack ist mit einem leichten Netzrückensystem ausgestattet. Damit kommst du bei deinen Wanderungen nicht zu schnell ins Schwitzen, da die Luft optimal zwischen Rucksack und Rücken zirkulieren kann. Mit dem Hüft- bzw. Bauchgurt und dem Brustgurt kannst du ihn zusätzlich am Körper fixieren. Ganz oben findest du ein Deckelfach. Eine passende Regenhülle haben wir dir hier als Wander-Starter-Kit direkt mit reingepackt. Die geht auf uns. Für Jacken, Helme oder ähnliches hast du vorne eine Einstecktasche, die du variabel vergrößern oder verkleinern kannst. Die Seitentaschen bestehen aus elastischem Material. Somit passen sie sich jeder Befüllung optimal an. Um deine Wanderstöcke zu verstauen, gibt es eine Wanderstockhalterung an der Seite. Im Hauptfach gibt es ein Einsteckfach, das zur Unterbringung einer Trinkblase genutzt werden kann. Den Trinkschlauch befestigst du dann mit der dafür vorgesehenen Klettfixierung und führst ihn einfach durch die Öffnung oben nach außen. Wir arbeiten stetig daran, unsere Produkte nicht nur durch ihre Langlebigkeit, sondern auch durch die Wahl der Materialien nachhaltiger zu machen. So setzen wir bei unseren Hikepacks bereits anteilig recycelte Materialien ein. Damit für jeden etwas dabei ist, gibt es den Hikepack in vielen Größen und Farben. Hier findest du bestimmt dein Lieblingsmodell für deine nächste Wandertour.